Also die Säge, die macht richtig Spaß, das muss ich wirklich sagen. Also ich hatte wirklich richtig Spaß mit der Säge. Ich mag bei der 550 auf jeden Fall, dass ich hier jetzt im Griffbereich mehr Bretts habe. Die Maschine rässt sich sehr sehr gut führend, gerade beim Asten. Ich habe sehr viel Kraft und die Zeit sehr gut durch. Das größte ist eigentlich, dass die Röreligtheit, wenn man beibehalten hat, dann wird es robustare und mehr hållbar. Kraft, die Power der Säge, das Handling, die Performance. Das ist für mich die Beste Entlastungssäge auf der Welt. Ein bra Säge, känns som ein mellansäge till allting egentligen. Det är den kärnsägen man har. Dra igång den, superbra, även fast man satt bort dekompressionsventilen. Riktigt kompakt och bra Säge. Med just detta så är det till denna längden. Väldigt lätt. Följer stammen. Jättebra. Väldigt jämgång. Höga varv. Den rappen, som man kan soga samtidigt som man gasar direkt. Den tar liksom i från magen. Den känns stabil i motorkaraktären. Man tvekar aldrig. Utan man varvar upp när man vill. Man går ner i varm när man vill också. Bei der 5,45. Das gleiche Starten der Maschine. Und auch das Handring. Das ist wirklich auch eine extrem angenehme Maschine. Es macht total Spaß, hier einfach mal ein paar Fichten umzuschneiden und zu entasten. Also es hat heute wirklich mit beiden extrem viel Spaß gemacht, weil ich habe sofort die Kraft bei der 5,50, wenn ich sie brauche. Alle Kraft und Behörde. Alla T-Punkter. Also, eine sehr, sehr kraftvolle Maschine. Det är bara att köra på. Jag tänker inte på sågen. Det är bara att såga. Så det är så det ska vara. Det är perfekt. Awesome. Really awesome. Perfekt så. Det är bara att köra på. Det är bara att köra på.